Ich hab gedacht, ich war der der meiste Stoße. Nee, der ist von bevor du dazugekommen bist, siebenmal gestoßen. Aber ich hab bestimmt übelst aufgeholt. Oh, eigentlich krass. Oh, schon wieder heiß. Da sind ja schon ganz viele gefallen. Deswegen darf ich ja dann aufmachen, den Boni. Aber letztendlich haben wir viel mehr. Ja, nein, das ist auch ne große Welt, deswegen. Das ist ne mittlere. Aber es gibt ja noch eine Sterzone. Und da ist dann wieder mehr. Hier ist die Moid. Oder ist es links einfach nur frei? Das ist kein Moid. Oh, da sind Sterne. Nein, Bock, ich seh nichts. Fuck. Voll der Arsch, ey. Das kann ich eh vergessen. Ja, ist gestern. Voll der Ego ist und so bist du. Ey, sind eben einfach beim Bosskampf weggegangen, du Bub. Du Titte, ey. Ja, ihr hättet den ja auch alleine bekommen, äh, Minder. Ja, den Shane hätt's auch holen können, wenn du nur ein bisschen mehr Skill hättest. Oh mein Gott, ich hab mal die SMS bekommen. Oh, ja. Ah ja, genug. Kalte Bock. Oh, lol. Kommt man nach rechts, kommt man nach rechts. Wie geil. Da haben Meteoriten gelandet. Hier, guck hier. What the fuck. Warte, ich ertrink mich. Ich hab den, ey. Fuck, nein. Ich sterbe. Im Wasser. Ihr seht schon, hier ist ein Meteorit und da müssen wir direkt was zu erklären. Die sind, äh, Teilungsdorf. Ein bisschen schwerer abzubauen, weil, ähm, wenn man einen Meteoritenstein berührt, dann verliert man Leben, weil das brennt. Deswegen dürft ihr nicht anfaschen. Außer ihr habt so ein tolles Accessoire, das sich Obsidian Skull nennt. Das kraftet man sich zusammen auf. Das waren sich Obsidian. Hä, ich wollte leben. What the fuck. Achso, nein. Ja, da ist ein Schrei. Nein. Lol, nee. Ich denk mir grad so. Nein, nein. Wieso machst du das kaputt? Hä? 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 What the fuck? Alle hier standen. Ich hab so'n Teil drauf. Lol, ich hab, lol. Hä? 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 Ja, siehst du? Achso. Ja, wegen den Buffs, alter. Buffs? Spinnen? Halt die Fresse, bist du doof? Das hab ich dir schon mal erklärt. Hä? Wir graben uns jetzt von der Seite aus sein, okay? Den Buff bekommen wir übrigens. Oh, lol. Ah, nee. So ein Vieh. Ich dachte. Hey, klar. Hi. Wir graben uns von außen. Ja, mach ich doch. Mein Gott, ey. Warte, ey. Warte. Ich schmeiße eine Bombe runter, damit können wir die Bombe abbauen. Neul, wenn's kaputt gehen, dann ist es deine Schuld, Alter. Ja. Und damit bekommst du keins. Ja, egal. Ich versuch's einfach mal. Ist eh noch nichts weiter gelandet. Puff. Außerdem macht... Oh. Fuck! Fuck! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Oh, du Spacken, ey. Es ist so ein Noob. Ich hab's kaputt gemacht, weil ich mit der Axt gekämpft hab. Oh, und der Depp hat da ein Dynamit reingeworfen, Alter. Außer Sinn. Kein Dynamit. Ne Bombe. Ja, Dynamit. Der wär das ganze Haus jetzt weg. Ja. Dumm Niggi, die haben Axt auf dich, ne? Oh, leider. Da kommt's alle. Ganz angegeiert. Ja, Teil, reparier mal. Ja, bin doch grad dabei. Scheiße, ey. Ah, ja, weil ich das vielleicht noch in meine Inventar-Leiste ziehen muss, ey. Ohne Scheiße, ey. Ohne Scheiße, ey. What the fuck? Alter, du bist so ein Opfer, Alter. Du bist so ein Spasti. Alter, war's so ein Kuckuck, ey. Das gibt's nicht. Wirft jetzt noch zwei Bomben. Jetzt mach die Scheiße. Ja, Alter. Ich muss ja Holzbände craften, ey. So. Dankeschön, Teil. Das ist so ein Depp, ne? Ernsthaft. Das ist geplant, die Unterhaltung. Ey, warte. Meister und Teil. Warte, lass mal noch tiefer. Geht nicht kaputt. Äh. Ja. Warte, lass mal noch tiefer. Geht nicht kaputt. Äh. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Und wie viel? Äh. Ja, nur 40. Ach naja. Wie viele Bomben hast du noch? Hätte ja mal Spaß am umgehen können. Ah der mag Ah, 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 ah Ah Wie, alter, Tai Du schubst mich Ich schubst mich Ach fuck, vergiss Was? Kannst du ein Lied mitbringen? Heißt nein! Scheiße! Dominik, hast du einen Spawnpoint auch nicht gesetzt, oder was? Ich hab schon gedacht. Da will ich hinlatschen, ey, Mann, du! Wie viel braucht man eigentlich nochmal für diesen Gegenstand, den wir dann machen wollen? Meinst du die Schwerter? Ich glaube 20, wenn ich mich rechne. Also das wäre man wohl nicht für alle. Wer bekommt die ersten beiden? Also ich denke mal zwei werden wir bekommen. Ich! Ich! Also ich frage, darf ich eins von den ersten? Ich! Ich! Hast du damit einverstanden Teil, oder? Ja! Okay! Ich liebe dich, ach! Das ist so nett von mir, ey! Wieso wirfst du dir nicht da, wo Dämonit ist? Hier ist doch gar kein Dämonit! Der wirf ist wieder in dasselbe Loch! Ja, das ist da runtergerollt, ey! Oh Mann! Jo! Der wirf wieder! Das ist ein Loop! Meine letzte Bombe! Teil, wie wär's, wenn du über das Loch springst und dann nach unten? Nach unten! Ja, und dann roll ich sie! Genau! Geht doch! Ich hoffe, du stirbst, Alter! Ich stirbst! Ich stirbst! Ich stirbst! Hallo! Ah ja, was man hier zu Meteorit noch sagen kann, wenn man eine gewisse Prozentzahl von dem Meteorit hier abgebaut hat, dann spawnen diese Meteoritenköpfe hier auch ungefähr. Warum? Ich erzähle das nicht dir, ich erzähle das unserem Publikum. Hehehehe! Ähh? Wirklich? Im Verarschungsstau, Wunsch! Oh, schau! Ähh! Wir sind 10 Minuten schon um, ja! Kurz mal die Kacke! Mach mal ganz kurz nen Cut, wir machen sofort weiter So, da sind wir wieder Gar nicht! Also, ich spinne da! Hier Und wir machen natürlich sofort weiter Seht ihr? Gar nicht! Habt nicht viel verpasst, nur eine Sekunde vorm Abbauen Doch! Jetzt lohnt sich das Let's Play natürlich auch nicht mehr Ein Teil der Loops stellt sich ja auf Das Teil da drauf Ja, tötet mich! Ich liebe das Tötetet am Blick! Nooo! Ich wollte gerade einen Trank nehmen Ich wollte die Zunge nehmen So richtig Ich bin der Gute Oh, ich hab's ganz kurz, komm mal, ich bin so cool Ich bin der Gute Ich bin der Gute Ich bin der Gute Ich bin der Gute Ich hab's gesehen! Ich bin der Gute Ja, der hatte immer noch nicht schlechtes Band von mir gerade gesetzt. Ah, dann sterbe ich jetzt wieder. Hör mal hoch! Ich liebe das. Mann! Hör mir zu Stress! Ja. Hey, das ist mein Platz, den hab ich mir gebaut. Ich hab's. Hör. 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 brauchen wir die herr ist ja hab ich doch ja er hat sowieso alles schreibt in den Kommentar an das ist doch nicht schwul ist komm ey wir scheinen jetzt soll ich unbedingt austreten so jetzt zeig ich euch Dreck mal wir haben hier wo ist das Arschloch da wo haben wir es denn wo haben wir es denn ich sehe es gerade ich bin blind Adda 135 Meteorit also ich hab 28 was ist denn ein Claypot ach so Leute kann man Pflanzen drin züchten cool wir haben ja schon 50 Diamanten lol ähm wo haben wir es denn ähm warte jetzt ich hab's wechseln wir in Kriegsgefahren bähm 22 Meteoriten waren direkt franisch gibst du mir mal 4 Tei ich hab dich schon alle doch nicht gesehen hier sehen wir einmal ah guck mal hier was ich euch Dreck zeige ich hab hier 10 vor uns da ich kann jetzt hier ein Mana Christall machen wenn ich den jetzt benutze hier oben mein Mana jetzt regeneriert es auch wie viel hast du insgesamt hä? wie viel hast du insgesamt? 38 30 kann ich mal 4 was denn ums geht yeah wow oh yeah Motherfucker hat er aus Saphir der hat Diamanten gehabt alter das ist doch ne Verschwendung weißt du ja warum denn weil es ne Verschwendung ist ja ja und das Saphir oder nicht oder mit ja davon haben wir ja noch 11 Echt mal. Ja, Diamant haben auch noch 5. Was willst du? Ja, siehst du gehst... Gehst du, gehst du mal an die Höhe nachs einen, Noob! Nein! Dieser Teil kriegt mich schon, die hat sich halt gut. Ich mach mal mit der Seite. Immer mit seinen Ansprüchen, ey. Ähm, kann ich mir ne Dämoniten-Rüstung machen? Nein! Okay, mach ich mir jetzt. Flupp und ich hab nen Held. Ich helfe dir nicht, indem ich dir 28 gebe und ich dir auch nicht, indem ich dir 15 gebe. Boah, du darfst alles alleine machen, ey, du Arsch!